Juuuuhuuu Jaja, ist ja gut So, was nehmen wir denn jetzt noch für ne ach so tolle Klasse? Mhh, ich weiß es noch nicht so genau Lass mal durch den, die werden, die beitreten Zap Oh nein Oh nein Oh, oh Wir verlieren, kämpft härter Wann wir hier, wann wir hier los? Mhh Jaja, ist ja gut Ich bin tot, ich bin tot Warum? Nein, da will ich nicht spawnen, das ist doch Scheiße Da will ich spawnen So Oh, da will ich hin Juhu So Scheiße 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 Die lecken mich am Arsch, ich habe ihn einfach noch gar nicht getroffen Der konnte sich sogar noch hinlegen und ziehen Oh Mann Helft mir Helft mir Ah, ja du kannst Na ja gut, dann muss ich bei ihm spawnen Nein, geh nicht da raus, du bist gleich tot Nein, au, au Nein, au, ich bin so zerstört Diese Waffe ist so geil Rette mich, ich bin hinter dir Sanitäter, ich krepier hier noch Verdammt Verdammt Sanitäter Ja ja ja, ist ja gut Wir haben einen Bringsatz geborgen Nein, ich will nicht ein Flugzeug starten, was soll denn das? Ach verdammt Alle feindlichen Kanonen wurden zerstört Unsere Hauptstreitmacht kann jetzt ihren Vorstoß fortsetzen Morgen ist mit vollem Feindkontakt zu rechnen Wir werden ihre Verteidigung durchbrechen Frankreich wird fallen Okay, ich nehme mal eine andere Klasse Aber was? Was aber was? Ich bin in einer anderen Klasse Scheiße Oh nein Nein Ich würde gerne mal eine andere Klasse Schatten bitte Die verbliebene Feind Artillerie hat uns nur geringe Fälle Ja, ich will das nicht sehen Unserer Streitmacht ist größer Ja ja So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn Oh mein Gott, ich auswählen Die will ich haben Okay Das war eklig Geh nochmal, oh nein Gut, ich trete mal hier über, was soll das? Oh mein Gott Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Ich hab doch keine Ahnung Ich hab doch keine Ahnung Ich hab doch mal ein paar Jungen hinterher Bäm Junge Sichern alle Ziele in einem Sektor und drückt das zu nächsten Mal Ja, machen wir Dann möchte ich sie Dann stehe ich sie Wie schlaft uns mit 제가 Der Schuss hat gesetzt! Wir kämpfen jetzt gemeinsam! Oh, von wo denn? Ach, Übermeer, verdammt! Ich bin doch so schön durch die Gegend gekrochen da! Aber ich hab jetzt mal Bock auf eine andere Cluster ein bisschen! Obwohl, obwohl nein, obwohl doch, ich weiß es nicht, scheiße! Kann ich hier rein, kann ich hier rein oder kann ich nicht? So, jetzt kriegen wir erstmal... Wir haben jetzt die Kontrolle über Ziel Anton! Warum? Was ist denn das für ein Scheiße? Wieso kommen die denn von hinten? Ich hab mich doch gerade geheilt! Rette mich, Sanitäter! Ach, du bist auch tot! Mh, 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 Mh... Oh, das war der eigene... Oh, das war's! Oh, ich hatte ihn, man, du bist auch noch tief! Au! 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 Okay, ich häng mich mal auf, Mann! Oh, mein Gott! Das ist ja ein Feuer, aber ich... Ich will hier sparen... Und dann lauf ich hier rüber... Bäm, 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 Bäm! Na, ich will hier! Ich will mein Funfeuer setzen, verdammt! Uppsala! Wer war das? Wir kriechen hier lang Er überfährt mich, warum will er mich denn überfahren? Wir verlieren die Leiter! Kann ich hier durchkriechen? C, C, C! Ich würde erstochen, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich würde erstochen, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß?